Da hinten läuft ein Zombie mit einem String in der Hand auf irgendwas zu. Die sind da, die sind da! Pot, 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 pot! Okay. Ihr habt uns gesehen, 100%. Hast du Regeneration drin? Ja, ich habe alles drin. So, hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Legend. Es sind zwei Teams auf dem Server und wir joinen in 3, 2, 1, jetzt. Ja, es sind Zinflu und Baspo. Screenshot. Ja, wir gehen erstmal direkt hinauf. Scheiß auf Animarsnipen oder irgendwie was. Erstmal nach oben. Wir machen hier den Plan, den ich jetzt gesagt habe, ne? Würde ich erstmal sagen. Jo, also zu unserer Brücke gehen erstmal, ne? Genau, Wolf und dort haben wir einen schönen Blick. Ich passe kurz auf das Inventar auf. Die Abstauber. Hat sich irgendwas geändert am Scoreboard? Ich glaube nicht, oder? Ähm... Delium hat, glaube ich, nur noch ein Leben. Die hatten noch vorher zwei oder so. Ja, aber ich meine jetzt so von dem Teams nicht, ne? Ähm... Nein, warte kurz. Ich check kurz mein Inventar. Ich nehme nochmal zur Sicherheit das Feuerzeug ins Inventar und eine Enderperle. Ich hab noch die ganzen Sachen von denen dabei. Ja, ich scheiß mal aufs Feuerzeug jetzt. So, Bogen auf Gift wechseln. Verpieß dich, Skelett. So. Warte auch nicht. Ja, ja. Ich muss sowieso essen. Boah, mein ganzes Inventar ist voll. Ist das blöd? Ja, meins auch. Ich glaube, ich werfe kurz ein bisschen Crap weg. Das... 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 So viele Blöcke. Letzten Pumpkins werfe ich auch mal weg. Okay. Alles klar. Lass mal in die Wüste gehen. Hm, hab wieder aufgedacht. Aber... Pass auf, was ist das Skelett, ne? Ja. Boah, ich bin schon aufgeregt. Ja, ich auch, ey. Ja, jetzt sind so die besten Teams eigentlich drauf. Ja, schätze ich auch. Ich geh mal kurz auf den Berg, da hab ich einen besseren Überblick. Na, ich komm mal mit. Ich seh aber niemanden noch. Ne, Stadt ist halt übel gefährlich, ne? Mhm, weil wenn die unseren Namen singen, dann könnten die uns überraschen. Wenn sie sneaken. Wir können jetzt natürlich auch auf den Hühnerspawner gehen und da chillen. Ja, aber ich... Ich find den Hühnerspawner von der Position her nicht so geil, muss ich sagen. Sonst den kennt eigentlich, denk ich mal, so gut wie jeder. Ja, stimmt auch. Da hinten bist du. Wollen wir mal ne Runde drehen? Können wir machen, ja. Aber ich glaub, wenn die mitten in der Stadt sind, dann sehen wir die eh nicht, ne? Also von außen. Das ist ja das Dumme. Ja, aber es kann ja sein, dass wir die am Rande irgendwo erwischen. Mhm. Habe ich ein... nein, ich hab kein zweites Set an Potts mit. Hätte ich ein zweites Set an Potts mit, würde ich jetzt schon potten. Also Speed zumindest, dann wär ich... Auf jeden Fall mal gut dabei. Aber ich wünschte, wir könnten die sehen, dann könnte ich wirklich schon potten und alles. Ob die Mobs hier überall sind. Ja, ja. Ich guck immer so, ob ich irgendwie Namen sehe. Aber... Ich denk, die werden eh sneaken. Boah, bin ich am Zittern, Junge. Es geht wieder los. Mhm. Vor allem, ich hab grad vorher in der Stay Light aufgenommen. Ein Schock nach dem anderen für mein Herz, ey. Na, ich hab diese nach drei Stunden geschlafen. Diesmal eben. Drei Stunden. Hier keine Reaktionen, ne? Ja. Da kommen wildische Zombies vom Dach, lol. Habe ich dir grad einen Namen gesehen? Ja, ich glaube nicht. Hm. Lass ich auch drum darum nicht. Lauf mal weiter. Bist du hinter mir? Ja. Ey, das ist so komisch, ey. Wo sind die? Weiß es nicht. Ich wette, also ein Team ist denk ich mal wirklich in der Stadt irgendwo. Oh. Ja, schätze ich auch. Nur keine Ahnung wo. Das ist halt die Sache. Oh Gott, ey. Hm. Ich hab so Schiss, dass die einfach von irgendwo auf einmal rauskommen. Ja, ich auch. Und dann schon gepottet haben und wir Two-Hits sind. Ja. Eben. Defensive. Hm. Wollte ihn nicht mehr. Naja. Übrigens das mit dem OP-Abfühl, ich hab mir das mal ausgerechnet. Der heilt alle... Warte mal, war es halbe Sekunde oder Sekunde? Ich glaube jede halbe... Nein, warte. Ja, jede halbe Sekunde heilt er 6 Herzen. Das heißt, wir können ihn töten. Was schreiben die? 4 versus 2. Die wissen halt überhaupt gar nicht, wo die sind, das sind unsere Probleme. Hm. Hm. Lassen wir mal hier rüber gehen. Dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicherer. Ja, geht mir genauso. Boah, ich zitter. Bist du denn behindert, Alter? Hm. Jetzt gucke ich auch ganz genau auf den Hühner-Spawner und nicht, dass die da jetzt oben sind. Mhm. Ich glaube, wir sollten noch mehr Angst vor Basso haben, die war Zimpro. Glaube ich auch, weil es einfach bessere PvPer sind auf jeden Fall. Ja. Egal was für Nequip die haben, die sind auf jeden Fall immer gefährlicher. Hm. Boah, Alter ey. Ich würd voll gern potten und in die Stadt reinrennen und dann darauf hoffen, dass wir die einfach sehen. Ja, aber wenn wir die dann nicht finden, hast du keine Pots mehr, ne? Hast du die Server? Ich hab, ja, alle zweimal mit. Hast du die restlichen in die Ender-Chess geparkt, ja, ne? Ja. Aber zu Ender-Scheiße gehen ist jetzt auch nicht so drin. Hm. Ja, außer wir laufen gepottet hin. Hoffen, dass wir die sehen. Weiß nicht, ich würd's eher nicht machen. Wollt ihr fighten? Ich will eigentlich nicht gegen die fighten. Ich hab auch ein bisschen Angst. Keine Ahnung, ist halt echt ziemlich krass. Da hinten läuft ein Zombie mit nem String in der Hand auf irgendwas zu. Die sind da, die sind da. Pot, 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 pot. Okay. Der hat uns gesehen, 100% Hast du Regeneration drin? Ja, ja, ich hab alles drin, ich hab alles drin. Ich potte. Die potten auch, die potten auch. Ich bin nicht bei dir, ich bin nicht bei dir, genau. Er kommt. Geh, geh drauf, geh drauf. Tot. WTF, das ist doch lächerlich. Wie viel Hits der getankt hat. Ja. LOL. Fuck. Holy fuck. Na, was machen? Ich weiß nicht, was ist Pamelt? Wollen wir versuchen zu looten? Ne, das bringt nichts. Das bringt nichts, weil es gewann schattet. Scheiße. Keine Ahnung, was machen wir? Na, wollen wir beenden, einfach. Oder Ender Chest. Ne, wir haben ja keine Rüstung. Das bringt nichts. Ach stimmt, ja. Ja, müssen wir wohl unterhübeln. Oder wollen... Warte mal, wir können ja eigentlich hier bleiben, wir können ja eigentlich hier bleiben. Wir machen uns schnell ein Holzschwert oder sowas, und wenn Basti spawnen, killen wir den nochmal. Der spawnt nicht, sonst wäre schon da, bestimmt. Er ist aber nicht gelöftet. Ne, ne, aber vielleicht Bett und so, ne? Du weißt. Ach, stimmt, ja. Zinus war slim. Zinus ist respawnd. Wir sind beide respawnd. Okay. Hast du ein Schwert, hast du ein Schwert? Ja, der hat gecombatlockt. Flutzer hat gecombatlockt. Ich habe ihn geschlagen. Okay. Oh Gott, Alter. Ja, da liegt so viel Loot jetzt, ne? Ja, ich weiß. Aber wir können eigentlich nichts machen. Ich habe irgendwie so Bock drauf, jetzt schnell in die Base zu gehen, irgendwas zu holen und versuchen, Fabo zu töten. Weil da liegt so viel Loot, der kann ja nicht alles looten. Aber Basti wird da auch hingehen. Und wir haben keine Rüstung. Aber wenn der nicht hier gespawnt ist, dann ist der... Ich weiß nicht, wie wir schneller dort sind. Ja, wollen wir uns wirklich einfach ausloggen? Ja, ich glaube, wir haben den sinnvollsten, oder? Ich glaube auch. Aber lass uns ein bisschen in die Richtung laufen, sodass wir nicht direkt am Spawn sind. Ich kann nicht mehr sprinten. Die sind eh sauberth hinten. Guck, ich laufe jetzt einfach irgendwo hier runter und logge mich hier unten an der Küste aus. Nein, ich kann nicht mehr sprinten, chill. Okay, ja, ich logge mich jetzt hier aus. Fuck. Ah, Mann. Okay, aber wir brauchen einen Plan. Wir werden uns wieder aufbauen. Und dann läuft das. Wir beenden die Folge jetzt aber noch nicht, würde ich sagen. Sondern wir setzen die später fort, wenn die weg sind, ne? Ja, können wir ja schauen einfach. Okay. Gut, dann... Sehen wir uns... Später oder bis morgen, eventuell. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.